Super. Hätte ich das jetzt... Hm. Komm schon, R-Keule. Bring mich nur noch bis da hoch. Mehr brauche ich nicht. Nein. Knapp, knapp, knapp. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Jet-Power. Nein! Nein! Das ist doch scheiße, das ist doch scheiße. Ich glaube, ich habe heute gleich keine Lust mehr. Äh... Und dieses ganze Rumgeschette und Keule... Es hängt mir echt zum Hals raus hier. Das ist nicht witzig. Spaß definiere ich anders, meine lieben Freunde. Ganz anders. So, jetzt ist mein Teil leer und was mache ich jetzt? Das kann ich einfach nur noch. Ja. Es hat nichts dabei. Auch nichts dabei. Wie viel Leben habe ich noch? Gar keins. Dann würde ich jetzt einfach sagen... Und dann war's das für heute. Ja. Keine Rückmeldung, ich weiß nicht, ob es das noch aufnimmt. Und wenn ja, dann... Okay. Cool. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn ich's weiter versuche. Ja. So. Und mit neuen Taten dran geht's weiter. Noch einmal von Porn-Tist. Ja, ich will. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht von Vegan-Mail. Ja. Ich glaube, ich habe schon nicht mehr drauf. Ich meine, ich hatte es nicht drauf, aber... Ich habe es jetzt noch weniger drauf als vorher schon. Und das will was heißen. Ich bin optimistisch, dass ich jetzt hier diesen Scheiß irgendwie ein bisschen hinkriege. Ich meine, ich war Game Over. Und jetzt... Ah, verdammt. Jetzt habe ich wieder zwei Leben frisch am Start. Und... Die schwerste Stelle ist ja eigentlich nur die Sache mit diesen komischen zwei Bällen, die hier gleich kommen. Boah, so viel. Sozusagen. Wenn man versteht. Okay. Der war doof, aber... Egal. Ah. Danach das andere. Das ist ja eigentlich nur mit diesem komischen Hund ein bisschen Boot-Shit machen und... Ja. Au. Na, egal. Au. Ja, seht ihr, was ich meine. Die Bälle sind ganz schön scheiße. Ich hasse sie. Äh, und weil ich jetzt schon so low-life bin, werde ich es hier nicht so hinzufügen müssen. Ich werde mal das aufheben. Äh. Weil ich keine Ahnung habe, was hier nachkommt. Ja. Exzellent. Super. Danke. Amazing. Nee. Ach, das pissen mich so an. Äh. Ich weiß, dass hier woher die sind. Hm. Ich will doch jetzt einfach herabdrücken. Oder es... mehr nicht. Jetzt mache ich nochmal... ... die Jet. Mit dessen Hilfe werde ich die Welt werfen. Schaut nur, ich bin der Herrscher von euch allen. Ich schwebe weit über euch. Oh, haha, haha. Ja, okay, mit dem Hintergrund. Was auch immer. Äh, 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 ich bin hier. Ja. Ja, aber das ist echt scheiße. Das ist der Herrscherung, das ist halt hier. Ich weiß noch nicht mehr, was danach kommt. Wenn ich danach noch weiter springen muss. Äh. So was von der Arsch. Ah, vielleicht hätte ich mir auch. Vielleicht hätte ich vorher wirklich ein bisschen üben sollen. Irgendwas. Hm. Wenn man ja darf, ist es jetzt zu spät. Jetzt gibt es noch nicht das. Oder diese kleinen Teile. Ja, ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Wow, kommt schon ein Boss. Boss. Stirb. Stirb. Oh. Haha, Energie aufgefüllt. Ich bin bereit für den Boss, würde ich sagen. Ich setze hier mal ein Safe State. Oh, ja. Ja, das funktioniert. Wir sind saved. Und auf geht's. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Für ein fetter Roboter. Wow. Modbot. Das sieht irgendwie gruselig aus. Was macht er? Was? Schießt mit Blasen. Blasen des Todes. Oh, war das denn Stachel? Was kenne ich noch irgendwie aus? Wario Land? Komm, wäre das bekannt worden, muss ich jetzt mal so sagen. Da ist der eigene Haus hier aufgemacht. Wenn wir seinen eigenen Otze erschlagen müssten. Au. Der Stachel tut weh. Okay. Hey. Anscheinend ist also nicht wirklich viel mehr drauf, als das, was wir da gerade sehen. Okay. Alter. Ich fliege tiefer. Ich fliege tiefer. Ich sage dir, du sitzt hier. Ich fliege tiefer. 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 Eins habe ich noch. What? Whoa, whoa, whoa. So nicht, meine Freunde. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Nee. Was hält diesen Dreckdick ein und ... ... seit einem ... ... glade Erde an. Ich bin gesprachlos. Meine Meinung ist, der Witz zu setzen. Nee. Geht gar nicht. Dreckding. Lass dich nicht mit mir machen. Oh, dafür fließt ihr wieder Klasse im Mund rund. Auch wenn ihr die schnellste Mutter in Mexiko wisst. Alter. Anscheinend kann es mein Emulator dazu bringen, zu lag. Alter, ich bin doch nicht reingesprungen. Was ist denn das Shit? Alter. Ich hab auch so eine Scheiße zu machen. Dreckig. Was war das im Mega-Man? Ich hab's ja auch Mod-Butter. Oh. Au. Alter. Ich muss ja einen Scheißschuss aber auch aufladen. Dreckig. Ah. Alter. Aber warum merkst du jetzt hier? Du hast die ganze Zeit überhaupt nicht gelangt. Als ich hier diese ganzen Kuren-Moboter kalt gemacht habe. So. Not but defeated. Ah. Mal gucken. Wo kommen wir jetzt irgendwas tolles? Hä? Hä? Hm. Okay. Explodierst du jetzt? Du 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 du. Mal was drücken. Ah, du blinkst. Wow. Und wir können weiter. Mal was drücken. Voll fett krass. Ich muss schon sagen. Genial. Wow. Es geht schon los. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Ähm. Da ich links Händler bin, würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Wir gehen links nach. Links vor die Wien. Auf. Ich glaube, es war die Spontalen-Falteentscheidung. Boah. Da gibt's eine ... Hier. Für Waffen ... Etwas. Au. 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 Auuu. Auuu. Schein Stachentagel. Oh fuck. Oh ja, hör auf zu lagern. Ich weiß es doch. Was ist nur los mit dir, Mega-Man? Hast du mich jetzt plötzlich? Wobei du... ...weil ich dich nicht spielen kann, oder was? Wo, wo, wo... Ich will mich nicht mit euch anlegen. Owa! Ahaha! Ah, du hast mich ja nicht erwischt, ne? Ich bin ja viel cooler als du. So, ich möchte dort jetzt bitte... ...grüben. Ja, aber da kommt bestimmt gleich irgendwas. Ich spüre das in meinem Mobil. Was bist du denn? Mhm, interessant. Und hier haben wir... ...Stacheltot. Gut, dann würde ich sagen, ist das ein Fall für... ...ja... Oh! Oh, du... Du... du 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 du... Au! Hey! Coooole Sache! Voll fett! Yeah! Oh, das kriege ich, das kriege ich! Uah! Nein! Scheiße! Das wäre so episch geworden, so episch, aber nein, du musst mir einen Strich durch Techno machen. Aha, noch noch Game Warp, naja, egal. Hauptsache, haben wir dieses dämliche Level geschafft. Continue. Ja, ja, ich weiß, dass ich überlege. Ist euch mal offen, dass ich kaum diese anderen Waffeneinsätze habe. Weder gegen Bosse, noch gegen irgendwas anderes. Hey, cool. Nein, ich wollte es doch. Achso, wir waren EGM-Rohr. Gut, hat sich das erledigt. Ah. Oh. So, hier kann er noch. Mr. Anticshell. Wie? Wie? Sehr verfehlt. Au. So. Die Kriege ist aber voll. Nein, was will ich nur tun? Tsch, 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 tsch. Der, 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 der. Der, der, der. Noch irgendjemand irgendwas zu laden. Das, der, 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 der da ... ... hat ihn nicht zu laden. Genau. Nein. Was ist das denn? Okay. Oh. Sprungfassage. Wupp. die ich überspringe. Hahaha. Bin ich gut. Ich bin ja wieder so lustig. Ich glaube, ich überspringe ich mal. Ja. 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 Ja, ich bin genial. Ich bin genial. Das muss ich mir schon lassen. Ich will ja nicht irgendwie selbst verliebt klingen, aber ich bin genial. Aber zumindest gut. Kommst du mal runter? Lord. Ledermaus. Go, er, Keule. Go. Woh. Hehe. Cool. Wartig. Ich vertraue dem Ganzen. Ah, ne. Verdammt. Ich wusste es. Es war zu schön, um wahr zu sein. Ah. Stirb. Toll. Super. Dieses scheiß Ding hat mich fast gänzlich umgebracht. Das finde ich nicht nett. Ah. Dreck. Ich bin da doch nicht drüber. Ich glaube, ich bin wahnsinnig, oder was? Ich jetter. Bin ich jetzt zwar nicht hier, aber ich fühle mich jetzt sicher ein. Sicher und geboren. Ich bin da doch nicht drüber.